Ich bin tatsächlich Wissenschaftlerin durch und durch. Ob ich zu Hause Brettspiele spiele oder am Strand lang gehe und irgendwelche seltenen Meeresringelwürmer finde oder auch versuche zu verstehen, wie Beziehungen funktionieren oder meine Kinder versuche zu verstehen. Das steht immer ganz weit oben. Beobachtung, Hypothese, Experiment, Erkenntnisgewinn. Eine andere wichtige Komponente ist mein Glaube, denn dadurch wollte ich gerne verstehen, was ist eigentlich das Menschenbild hinter Algorithmen, die Entscheidungen treffen über Menschen. Das sollten wir bedenken, wenn wir diese Algorithmen einsetzen. Eigentlich bin ich Algorithmen-Designerin und habe das sehr lange sehr gerne gemacht, bis ich festgestellt habe, dass es nicht reicht, einfach nur einen Algorithmus zu entwickeln und den dann auf eine Fragestellung zu schmeißen und zu hoffen, dass die Zahlen dahinter irgendwie interpretierbar sind. Sondern, dass wir ganz oft, indem wir einen Algorithmus verwenden, auch Gesellschaft verändern. Und deswegen haben wir auch einen Studiengang entwickelt, in dem wir das von Anfang an gezielt an die Studierenden ranbringen und das ist die Sozioinformatik. Das heißt 50 Prozent Software Engineering. Die sollen also wirklich auch Software bauen können. Die sollen aber auch eine Idee haben, was das mit der Gesellschaft gemacht. Und dazu bekommen sie eine Grundausbildung in Recht, Wirtschaft, Soziologie, Psychologie und Ethik natürlich. Und wir hoffen, dass sie damit bessere Software herstellen können, die uns als Gesellschaft nützt. Kai ist eine Zeichenfigur, die ich mir ausgedacht habe, weil ich während ich Texte geschrieben habe, immer gedacht habe, ach, das müsste man jetzt bebildern. Und Kai ist für mich ein Vehikel, um mit ein bisschen Humor rüberzubringen, dass wir bei künstlicher Intelligenz nicht immer gleich an den Terminator denken, vor dem man Angst haben muss. Und ich hoffe, dass das einfach einen Zugang öffnet. Die künstliche Intelligenz, die wir im Moment sehen, die kommt von der anderen Seite des Atlantik und wir haben das Gefühl, dass wir völlig ohne Kontrolle sind. Und das ist eine sehr unschöne Situation. Die KI, die wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden, das wird sehr viel näher an uns dran sein. Stellen wir uns vor, Sie arbeiten in der Firma und der Arbeitgeber sagt so, wir haben jetzt eine ganz tolle neue Software, die entscheidet, wer in die Management-Ebene kommt. Und da möchten Sie ja eigentlich schon gerne wissen, wie funktioniert das Ding? Habe ich überhaupt eine Chance? Was muss ich verbessern, damit die Maschine denkt, dass ich in die nächst höhere Ebene aufsteigen kann? Und im Moment wäre es unklar, wer dafür verantwortlich ist und wer sich da einbringen kann. Und ich glaube, die meisten würden auch davor zurückschrecken. Davon verstehe ich nichts. Wie soll ich da mitdiskutieren? Und da möchte ich mit meiner Wissenschaftskommunikation gerne für Aufklärung sorgen, für Empowerment, dass Leute wissen, ach, so schlimm ist das alles gar nicht. Das sind große Namen. Da ist aber immer noch keine Magie drin. Ich kann verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Und ich kann die richtigen Fragen stellen. Tatsächlich ist es mir wichtig, diese Begriffe zu entmystifizieren. Wir versuchen Menschen auf vielen verschiedenen Kanälen zu erreichen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung mit begleitet und haben da Ausstellungsgegenstände designt. Wir versuchen mit Lego-Männchen fürs Fernsehen zu erklären, wie man Entscheidungen trifft. Und ich bin ganz gerne auf Twitter unterwegs, um zum Beispiel zu berichten aus meiner Kommissionsarbeit. Ich bin beratendes Mitglied für die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages. Und aus diesen Sitzungen heraus so ein bisschen zu twittern. Das hilft, glaube ich, damit Bürgerinnen und Bürger sehen, was wir da eigentlich tun und das ein bisschen transparenter zu machen. Das Netzwerken ist vor allen Dingen für die Sache wichtig. Wenn man wirklich verstehen will, welche Auswirkungen Software auf Gesellschaft hat, dann müsste man Experte in so vielen Dingen sein. Das ist einfach nicht möglich. Und das heißt, es ist für mich überlebensnotwendig, dass ich in jeder Fachdisziplin Leute habe, die Geduld haben, mir etwas zu erklären aus ihrem Fach. Und die auf der anderen Seite auch selber einen Gewinn darin haben, wenn ich ihnen erkläre, was bei uns die Technologie ist. Ohne diesen Austausch könnten wir nicht wirklich diese völlig neuen Phänomene verstehen. Und deswegen ist das absolut vital. Kai spiegelt eigentlich genau diesen Zustand der Künstlichen Intelligenz heute nach. Der kann schon ein paar Sachen, der versteht auch ein paar Regeln, aber der ist an manchen Stellen so kreuzdumm, dass man sagt, der darf jetzt nicht wirklich über Menschen entscheiden. Und eine KI, die bei mir in der Vorlesung säße, die sollte die Uhren aufsperren, wenn wir darüber reden, wie widersprüchlich Menschen sind. Also Kai müsste lernen, dass wir ganz oft nicht das meinen, was wir sagen. Ich wünsche mir, dass wir ein gutes Händchen darin haben, auszusuchen, wo KI uns als Menschen sinnvoll unterstützen kann und wo wir die Finger davon lassen sollten. Und natürlich müssen wir als Wirtschaftsstandort auch schauen, dass wir innovativ bleiben und neue Services und Produkte entwickeln. Auf der anderen Seite, da wo es um den Menschen geht, da, glaube ich, sollten wir wirklich äußerste Sorgfalt walten lassen. Und da müssen eben die Bürgerinnen und Bürger auch mit in die Diskussion genommen werden. Das sollte nicht einfach so entschieden werden. Seben! Verrge! Beifall! Höchst! Machst! Schreie! Wir tun! Seben! Achst! Machst!